Level 50 in Diablo in einer Stunde. Absolut kranke Technik, bleibt dran. Ich hab mir einen brandneuen Diablo-Charakter erstellt, um mal zu gucken, wie schnell man leveln kann. Stellt das Ganze auf Weltstufe 2 und dann geht's auch direkt los. Als allererstes macht ihr die Kathedrale des Lichts, das ist ein Level 50 Dungeon, deswegen braucht ihr auf jeden Fall Hilfe von einem Freund. Euer Kumpel sollte auf jeden Fall Level 60, 70 sein, damit das Ganze gut klappt. Bei mir war er 78. Ja, und nach dem Dungeon war ich auch schon Level 10. Durch den Abschluss des Dungeons hatte ich dann Albtraum freigeschaltet und es gab einfach nochmal 100% mehr EP. Auf Albtraum macht ihr dann den ersten Albtraum-Dungeon, beziehungsweise den letzten, nämlich ein Level 20er Albtraum-Dungeon, den muss auch euer Kumpel öffnen. Nach Abschluss des Dungeons war ich dann auch schon Level 22, das ging super schnell, waren vielleicht 15 Minuten maximal. Und dann geht's auch direkt in den nächsten Dungeon, den ihr per Quest bekommt, da müsst ihr dann am Ende Elias Relikt des Hases killen. Und habt ihr das geschafft? Dann habt ihr Weltstufe 4 qualfrei geschaltet und da geht's so richtig rund. Auf dieser Stufe macht ihr dann entweder Open-World-Events, bei denen ihr probiert nicht zu sterben, oder ihr pusht Albtraum-Dungeons. Alternativ gern auch Anikas-Dungeon, den ich euch gestern in einem Kurzvideo gezeigt habe, als einer der besten Farmspots des Spiels. Wichtig ist, dass das Ganze für euren Mate keine Nachteile hat, denn auf Weltstufe 4 bekommt ihr immer noch viele EP und ihr kriegt sowieso das absolute Maximum 200% mehr und fetten Loot. Nach ca. 60 bis 90 Minuten solltet ihr auf Level 50 sein, das Paragon-System freigeschaltet haben und dann ab ins Endgame starten können. Schneller geht's nicht. Folgt mir für weitere Diablo-Tipps.